Musik Das Tür ist von der anderen Seite Aber auch gar nichts einfacher Die Röbel ist untertitelt in ein Kut Ja, wie machen wir das? Ich würde fast sagen, ja. Oh, Moment. Wir sind hier wirklich nicht hergekommen. Hallo, Vögelchen. Ach, du Scheiße. Was ist das denn hier? What a gruesome display. At least it's not my head stuck on the bars. Ist auch zu, natürlich. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt gehen wir schon wieder andere Wege. Jetzt folgen wir dem Vogel. Ne, wir gehen... Ach, ne, hier können... Ja. Soll ich dem jetzt einfach mal hinterher? Oh, ja. Wo bin ich denn? Alter. Who's done this? Is there anyone else here? Ja, das Messerchen nehmen wir uns mal mit. Ist hier noch irgendwas? Eine Tür. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, danke Vogel. Was ist das denn für ein Messer? Ein Huntersknife. Ein Jagdmesser. Nutzen wir das doch mal hier, um... ...das Seilchen durchzuschneiden. Klatsch. Genau, einfach mal runterschmeißen. I look like I'm just sleeping. Search pockets. Empty. Take key. Zack. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist denn das für ein Traum? Oder... Was hab ich hier denn? Kann ich damit... It's a large rusty key. Ja, aber nutzt man den mal hier am Türchen. Aha. Oh, weh. Was ist das? Willkommen zu meinem Haus, Susan Ashworth. Ich habe mich auf dich, mein Lieber. Ich wusste, dass du ein guter Tag aufwenden würde, Luxus. Wer... Wer bist du? Ich habe so viele Namen, es ist schwer zu wählen. Andere. Aber ich bin so überraschend. Wer ist das, was ich bin? Hm. Death? Bist du der Teufel? Bist du Gott? Eine alte Frau, die im Wald lebt? Der Tod? Ich glaube, das ist der Tod. Wir fragen mal nach. Ich bin. Ich komme, wenn es etwas zu nehmen, aber ich kann nichts zurückgeben. Ich bin Dünn. Aber ich bin Salvation, auch. Ich bin Angst, aber auch von einigen. Einigen wie dich, Susan. Keine Ahnung, alte Frau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht richtig. Ich bin seit einem Zeitpunkt. Ich habe dich immer da drin. Immer da drin. Ich bin falsch. Du bist nicht Daph? Nein, ich bin nicht. Vielleicht bin ich Leben. Aber dann wieder, ist es wirklich wichtig? So viele Fragen. Ich habe nur zwei zur Auswahl. Wo sind wir hier und was wird als nächstes passieren? Was ist das? Das, mein Lieber, ist mein Heiliger König. Und das Haus ist mein Kastel. Ich bin echt nicht die Leute. Just wie du. Ich liebe dich. Aber du bist ein Besonderes. Und ich werde eine Exception machen. mich. Ich bin speziell. Ich kann dir jetzt sagen, dass es nichts spezielles über mich gibt, Frau Frau. Gebe dich nicht runter, Susan Ashworth. Heute bist du mein Gäste. Ja, was passiert denn dann jetzt? Was passiert denn jetzt? Ich werde dir eine Offer machen, Susan. Ich werde dir eine Offer machen. Oh ja, auch hier drinnen wird es schon ganz kalt. Eine einsame Küste. Ach, ich fing aber immer so gerne an Sachen rum. Tja, strange lady, is she really here, maybe this is all just a dream after all. Wir sprechen mal weiter mit ihr. Ich weiß immer noch nicht so genau, wer du bist, das ist richtig. Werde ich bestraft werden für meinen Selbstmord? Ist hier noch jemand? Tja, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ich weiß noch nicht, wer du bist. Ich gehe mit vielen Namen. Ich habe noch nicht viel Geld, was die Menschen nennen. Aber es gibt einen Namen die Fallen Ones benutzen, wenn ich mit ihnen spreche. Ich finde es sehr genau. Die Queen of Maggots. Werde ich bestraft werden? Werde ich mich verletzt? Werde ich mich verletzt? Werde ich mich verletzt? Werde ich mich verletzt? Aber nicht du, Susan. Ich habe dich lange lange, um zu verstehen, wie du fühlst. Ich habe dich nicht zu glauben, aber ich habe tatsächlich sympathische für dich. Werde ich mich verletzt? Werde ich mich verletzt? Werde ich mich verletzt? Ich werde dich verletzt. Ich werde dich verletzt. Ich werde dich zurückgeben, in der Falle eine einfache Aufgabe geben. Dein Leben wird komplett verletzt. Du wirst dich wieder sein. Und du wirst bald vergessen, was dein Herz für Jahre lang verletzt hat. Eieiei, das klingt aber nach so einem Pakt mit dem Teufel hier. Nichts worauf man sich einlassen sollte. Ist denn jetzt hier noch jemand anders da? Ich habe dich verletzt, wie du dich schlugst. Ich habe deine Haare alle Nacht schlugst du dir selbst, um zu schlugst. Ich habe alles gesehen. Ich weiß, was du willst, aber es ist nicht hier. Es ist weg und es wird noch nie wieder kommen. Na, das kann ja was werden. Wollen wir uns mal anhören, was wir denn machen sollen für die alte Dame? Jetzt gehen wir in den Raum für seriöse Gespräche. Für wirklich ernste Gespräche. Was ist denn dein Offer? Was kannst du dir fixieren, das Leben zerstörte? Susan, Tod kann nichts fixieren. Aber obwohl wir beide sterben sind, ich bin nicht Tod. Ich könnte dir sein, wie eine verrückte Frau zu dir. Aber ich bin nur so großartig wie die Gäste. Und ich wähle dich, Susan Ashworth. Ich brauche dich, zurück und fünf Menschen zu treffen. Sie sind nicht ordentliche Menschen. Sie sind sehr speziell. Just wie du. Nur in einem etwas andersen Weg. Können wir vielleicht noch ein bisschen Klavier spielen? Nein. Nein. Ich bin doch kein Fehlschlag. So ein niedriges Selbstbewusstsein... Na gut, wir haben uns zwar gerade umgebracht, aber... Wie kommst du denn überhaupt darauf, dass ich zurück will? Was macht dich denken, dass ich zurück will? Ich habe es endlich gemacht. Ich habe es endlich gemacht. Ich habe mich tönt. Das ist alles, was ich immer noch wollte. Und trotzdem... Es ist einfach nur ein weiterer Verlust. Ich will, dass ich diese Verlust stoppe. Oh, oh, oh. 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 Aber warum sie mich gerade ausgewählt hat, interessiert mich ja doch schon, ne? Also fragen wir das mal. Es ist genug für mich, um zu schlafen, zu schlafen aus dem Bett. Ich sehe nichts mehr, ich möchte einfach nicht mehr, und ich liebe mich alle anderen, weil sie wissen, wie ich glücklich bin. Everywhere ich gehe, gibt es Menschen, die Hoffnung und Willen zu leben. Oder Menschen, so pitvolle, die mich verletzten, um zu sein zu sein. Ich will sie nicht. Es ist niemanden für mich. Ich bin allein. Ich will nur weg. Das ist der Grund, warum ich dich wähle, Susan Ashfurth. Ich weiß, wie du fühlst. Ich fühle mich so, selbst für eine sehr lange Zeit. Du und ich sind sehr zusammen. Wenn du erfolgreich bist, du nie wieder fühlst. Oh.